Hallo Bürger dieser Welt, wir sind Anonymous. Wir haben nun eine Weile mit angesehen, wie hilflose User versuchen, sich gegen einen großen Spielekonzern zu wehren, dessen Zusatzsoftware als Pflichtinstallation für eines seiner Produkte für Unstimmigkeiten unter den Nutzern sorgt. Der Spielegigant hat jedoch keine Änderung der Software vorgenommen und versucht sich nun mittels juristischer Schlupflöcher aus der Schusslinie zu bringen. Der Konzern Electronic Arts scannt mit der Software Origin die Client-Systeme der Loser, ohne dass diese darauf Einfluss nehmen oder es deaktivieren können. Auch der Umfang über die gesammelten Daten bleibt indes ungewiss. IEI änderte zwar die Oula von Origin, jedoch bleibt die Methode dieselbe, denn an der Software und deren Prozessen wurde bisher nichts verändert. Uns reicht es nicht, ein paar Zeilen in der Oula zu verschönern und wir lassen uns nicht täuschen. Wir erwarten, dass Electronic Arts dem User die Möglichkeit gibt, selbst zu bestimmen, ob und wenn welche Daten gesammelt und gesendet werden. Die Nutzung der Origin-abhängigen Spiele sollte durch die Entscheidung des User nicht eingeschränkt werden. Wir, Anonymous, sind damit nicht einverstanden und erwarten von Electronic Arts, nicht nur Worte sondern auch Taten sprechen zu lassen. Bedenkt, welche Erfahrungen Sony Anfang des Jahres sammeln musste. Stellt eure Diktatur-Methode ab und lasst die User selbst entscheiden. Wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergessen nicht, wir vergeben nicht, erwartet uns.